Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier, das behältst du. Aber nicht vergessen, du darfst nur auf einen Menschen anlegen, wenn du wirklich schießen willst. Und du darfst nur auf einen Menschen schießen, wenn du die Absicht hast, ihn zu töten. Und du darfst nur auf einen Menschen schießen, wenn du die Absicht hast, ihn zu töten. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Angst tötet. Das Böse. Dieser Film geht an die Grenzen. Zuhause erwartet sie bestimmt jemand. Was? Ich meine, sie leben doch nicht allein hier draußen. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. So, meine Kinder, jetzt könnt ihr eurer lieben Mutter zeigen, was drin ist. Du hast immer nur Pech gehabt, dein ganzes Leben lang. Aber ich verspreche dir, dass wir es den Brüdern heimzahlen werden. Du hast meinen Bruder getötet. Das wirst du mir büßen. Ja! Aaaaaah! New York im Jahre 1997. Krieg zwischen Polizei und Kriminellen. Die Verlierer sind in Manhattan eingeschlossen. Die Brücken sind vermint. Alle Wasserwege werden überwacht. Die Polizei der Vereinigten Staaten hat alles unter Kontrolle. Jetzt! Ich werde jetzt landen. Aber einer muss rein in die Stadt. Snake Plissken, genannt die Klapperschlange. Er muss da rein, wo noch nie einer rauskam. Aber wenn er rauskommt, fängt der Albtraum für ihn erst an. Wer bist du? Er ist Snake Plissken, die Klapperschlange. Ein neuer Film von John Carpenter. Ich dachte, du bist schon tot. Jetzt lassen wir den Laden hier hochgehen. Alles klar? Jetzt anschnallen. Sie nennen ihn die Klapperschlange. Er muss rein in die Stadt, aus der noch nie einer rauskam. Alles klar!